Einen wunderschönen guten Tag mit mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forgive Me, Father. Hey. Das ist aber ein spezieller Durchgang, hä? Ist denn hier los? Lass mal die Scheiße explodieren hier. Jesus. Ist hier so ein Crabman? Ach Gott. Haben wir es? Ja. Äh! Warum haben die jetzt alle so... Oh, shit. Okay. Ja. Like hier. Ne, ich dachte, da ist wieder so ein Crabman, weil ich da Feuer gesehen habe. Schlüssel, Leben. Okay. Aber was ist da los? Ist da noch jemand? Oder was ist los? Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Ich habe Geschichte, Munition, Alkohol. Warte, lass mich erst mal speichern. Danke. Hä? Äh? Okay. Oh, fuck. Nicht getroffen. Äh, ja. Ist okay. So lange ich Revolver-Munition verbrauchen kann, ist ja super. Respektiv, solange ich keine andere Munition verbrauchen muss. Es sind viele noch. Herr mit dem Leben, Herr mit der Rüstung. Jesus. Na, komm. Er hat mich getroffen. Oh, fuck. Ruh. Niemand? Okay. Neue Waffe. Okay. Was kann die Waffe? Energy boosted. Okay. Weißt du was? Ja. Was kann das, die da vielleicht rausspringen oder so? Ne, ne, ne. Geh weg mit deinem Fisch. Ja. Oh, kurzen Prozess mit euch. Aha. Sonst ist niemand hier. Ja, doch. Die hier. Wow, wow, wow. Oh, ja. Komm. Uuuh. What the hell? Okay. Wie viele noch? Ja, da hat es schon noch ein paar, ha? 100 Schuss habe ich jetzt hier. Okay. Geschichte. Alkohol. Warum nicht? Mehr Geschichte. Oh ja, Rüstung und Leben. Oh, shit. Na, jetzt wird's abgehen, ha? Oder noch nicht. Ne, hier ist ein Speicherpunkt. Oh, shit. Oh, shit. Äh. Ja. Wo raus? Hier? Wait a minute. War ich ja nochmal? Ja, ja. Aber wie komme ich denn raus hier? Äh. Geil. Ne, Junge. Weg da. Oh, Crapman. Mach mal. Hier. Mutant. Weg da. Er kommt nicht raus, okay? Hier. Es sind zwei. Komm mal her, her. Gott, Stern nochmal. Na, wo? Hä? Wo muss ich denn rausgehen? Geil. Ich nehm die Pump dann. Fuck it. Fuck. Okay. Er kommt auch raus? Nee. Aber er. Gut. Ja, ja. 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 War klar. Uhu. Hier geht's raus. Okay. Meine Güte, ey. Ja. Hat dein Maul, Junge. Ist doch irgendwas, oder? Uah. Okay. Wusste doch, dass ich was gehört habe. Come on. Alter. Ach, shit. Ich kann nicht speichern, danke. Alkohol und Munition, ja, wow. Leben und Munition. Heitige Scheiße. Ja, los. Okay, hier ist ein Schlüssel. What? Okay. Wer ist da noch ausgebrochen? Da, der Crab Man da oben. Alter, der hält aber einiges aus. Du benötigst den roten Schlüssel, ja. Ist ja nicht so, dass ich den schon hab, aber okay. Noch einer. Okay. Was ist jetzt los? Ah, er hat's aber überlebt. Okay. Okay. Das ist... doof. Gelinde gesagt. Ach, nö. Muss ich das nochmal machen hier. Okay. Na dann. Hier oben ist noch... Ja. Jesus fucking Christ. Der Crab Man ist trotzdem ausgebrochen. Okay. Herr mit der Rüstung. Komm, schieß dein Dings da. Ja. Na los. Der andere hat's auch noch überlebt. Gut. Let's go. Fuck. Okay. Ah, die haben mich vorhin... erledigt. Okay. Ja. Jetzt nicht mehr. Ach shit. Okay. Ja. Mach mal den Joint. Okay. Was ist das? Irgendwas ist hier noch. Aber wo ist er denn? Ah, hier. Okay. Leben. Sehr gut. Wunderbar. Okay. Oh Gott. Ja. Nochmal so. Level up. Warte mal. Ähm. Kann ich hier... Schießt Würmer, die auf den Boden kriechen, explodieren und erheblichen Schaden verursachen. Erhöht Schussgeschwindigkeit. Mach mal die Würmer. Ja, ich auch nicht. Aber... Was muss ich jetzt machen? Ähm. Äh. Ja, aber... Wie komme ich denn jetzt hier wieder... raus? Da ist ein Hebel. Okay. Nächstes Level. Let's go. Boah, also diese Level hier, die werden ja... Die werden immer actionreicher hier, die Dinger. Okay. So. Hier ist wieder so ein... Patient. Oh, wo? Ja. Bitteschön. Ach, shit. Okay. Ich mag es. Ja, gut. Was hat mich denn jetzt da getroffen? Hast du das? Bleibs immer noch. Okay. Los, mach sie weg da. Okay. Warte. So. Okay. Wie viele noch? Boah, ich wollte... Also, ich nehme mal hier die HP mit, bitte. Hier ist nichts mehr. Okay. Huh? Lot. Der kommt raus. Okay. Ja, dann. Alter. Komm mal. Hier. Junge, junge, junge. Die Typen gehen ab, ne? Das muss man ihnen lassen. Ja. Knauze. 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 Okay. Junge, junge, junge. Come on. Nur noch sechs Schuss für die Pumpgun. Das ist... ...unangenehm. Und Speicherpunkt. Sehr gut. Das ist tatsächlich so, ja. Oh, was haben wir da hinten? Weg da, komm. Ey. Ja, okay. 100 Rüstung. 100 Rüstung. Na dann. Na dann. Was kommt hier? Okay. Müssen Schlüssel finden. Da hinten war ich noch nicht, oder? Okay, hinten war ich... Auch schon? Okay. Oh, ne. War ich nicht. Wollte doch grad sagen. Aber wo muss ich denn hin? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Wo ist denn der Schlüssel? Oh. Sehr convenient. Kann ich hier rein? Geheimnis gefunden. Ja, okay. Ja, besser als nichts, würde ich mal behaupten. Irgendwer schießt da noch auf mich. Wer hat denn jetzt da gerade auf mich geschossen, bitte? Oder fuck was das? Naja. Na dann. Take a look. Aber immer noch nicht, wer jetzt da auf mich geschossen hat. Hier unten. Leben. Da ist Lava. Da muss ich nicht unbedingt hin. Oh. I mean... Ne, das ist wieder der Anfang vom Level. Ach, wow. Ja. Scheiße. Okay. Ja, das war jetzt... War ein bisschen doof. Gebe ich zu. Aber... Wie hin muss, ist noch eine gute Frage. Aha, das war der Typ für den Speicherpunkt. Ja, ja. Aber... Ich, äh... Ich check's nicht. Ah. Wo ist der Schlüssel? Gleich hier hinten. Ah ja, guck mal. Okay. Jetzt reden wir doch. Jetzt reden wir doch. Ähm... Mach mal hier. Den Joint. Danke. Let's go. Motherfucker, ey. Ruhe. Ruhe. Hey, Fischmann. Egalos. Du auch. Okay. Das nenne ich mal einen Fall. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Leben. Sehr gut. Welches ist der Schlüssel? Hier? Irgendwo? Jesus. Okay. Hier ist tatsächlich ein Schlüssel. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Und... Jetzt bin ich wieder am Anfang. Aber das ist okay. Die Fahrstuhl kommt auch schon runter. Sehr schön. Dann würde ich mal behaupten, ab zur Tür. Ah, shit. Das sind wieder Gegner. Okay. 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 Ach du Scheiße. Okay. Komm her. Das sinkt kaputt. Damit da keine neuen Gegner kommen. Danke. Tschisch. Der Zug hat keine Bremsen. Hat er nicht. Komm her. die Zigarette an. Danke. Na komm. Fuck. Let's go. Waren das alle? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Eine Munition, wenn wir die pumpen können. Das ist natürlich unangenehm. Alter. Ja, Mann. Leben. Noch mehr. Sonst so. Ja, noch so ein Gobbler. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, shit. Oh, boy. Schön stehen geblieben. Danke. Oh, fuck. Okay. Mit dem Crabman. Gut. Und ein Schlüssel. Nice. Auch so einer. Okay, das ist ein Crabman. Oh, Gott. Okay. Pumpgun Munition, ja. Warte mal. Mal so. Okay, mal noch. Fuck. Ja, aber ich habe noch genug HP. Das ist, das ist das Wichtigste. Oh, shit. Wow, wo warst du denn? Jesus. Okay. Warte, da ist noch Munition. Aber nicht für das, was ich brauche. Das ist jetzt hier. Okay. Ah. Okay. Okay. gehen wir jetzt hat mir das war's junge 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 nee immer noch nicht ich habe wenigstens wieder position ja 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 ich bin tot nein der letzte speicherpunkt ist mega weit weg ach nee nein 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 wow ja ja scheiße ist es du kommst ja nicht mal raus doch kommst du mannometer du jetzt alles aber machen oder was kannst ich machen das ganze wirklich nicht machen nochmal hier nach hinten ist ja das geheimnis ist nur noch munition hier schade immer halt hier nach hinten jetzt machen wir die zeit langsam danke und ich kann die Fähigkeit nicht abnehmen jetzt oh yes ja gut jetzt habe ich mich selber umgebracht mann ey krieg mich das auf du okay schön ruhig ja da komm machen wir hier den joint danke das macht am meisten sind ja oder okay okay wir haben es glaube ich zu leben danke okay come on come on come on come on come on good next we're getting somewhere okay na 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 was ist jetzt los ja geh mal hoch perfekte ja danke junge geh mal drauf jetzt hier okay okay warte mal ja ich muss das ja kaputt machen ja na los komm schon ja keine schüsse mehr für den revolver okay ne für die pump gun habe ich keine schüsse mehr okay alter mach mal hier nochmal den lifesteal ja 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 komm komm jetzt komm jetzt meine munition ist richtig am Arsch aber so richtig ja 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 oh mach das Ding jetzt kaputt hier ja 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 Ach, komm. Ja. Geht's da wieder auf? Jesus. Warte mal. Ah. Hab's erwischt. Was ist mit den Kleinen? Oh, shit, die Leben noch. Jetzt nicht mehr. Da. Schlüssel. Leben. Da los. Okay. Geh mal mit dir. Alles. Ja, Gott. Komm an. Ruhe. Ruhe. Da unten lebt noch einer, ja. Geht's, sagen ich noch? Okay. Warte mal. Ich würde gerne speichern gehen. Das wäre eigentlich noch sinnvoll in dem Moment, oder? Wo kann man denn... Ah ja, hier unten ist der irgendwo. Wo ist unser Speicherkollege schon wieder? Wo ist denn der? Ich bin doch jetzt gerade gehört, oder nicht? Where the hell are you? Wo kann ich speichern? Hello? Ah, fuck. Was ist denn hin? Ah, ich glaube, hier oben ist er, oder? Ja. Okay. Gut. Jetzt können wir weitergehen. Dann muss ich den ganzen Scheißig nochmal machen. Falls ich nochmal draufgehen sollte. So. Wer hat das hier noch? Stimmt. Ah, nee. Das nicht. Alter, das war jetzt gerade richtig schlecht. Aber okay. Schnauze, Junge. Okay. Gut. We go again. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal. Komm mal jetzt hier. Den Schoins. Danke. Komm schon. Ja, Gott. Ach, du heiliger. Ja. Verlebt. Ja, nice. Das ist sowas für die Geschichte. Die ist ja so relevant in dem Spiel. Nächstes Level. Ja, halleluja. Das war intensiv. Das war intensiv. Das war intensiv. Wir machen morgen weiter. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ja, jawohl. Darb� hopefully. Tschüss.